So, jetzt ziehe ich uns die nächste Mühle raus. So, nächste Mühle. Scheiße, da war vierte Katniss. Er ist wurscht verweilen. Was hast du denn so geschissen? Ja, da war vierte Katniss. Ja, da war vierte Katniss. Ja. 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 Ja, da war das Kiel. Target eliminated. Do it, do it. Tango down. Drone is up. 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 Also das ist schon gescheu, das habe ich das Gefühl gemacht, das Ganze, bist du deppert. Das ist ja riesig da. Nein, ich meine, da gibt es schon wieder, du musst dir wieder einen Zettel anschauen, der was du da hinbeipickt und der sagt dir dann, was du hingehen musst. Du hast alle drei Locations gehabt. Hast du einen? Ja, ich meine, weil ich halt jetzt eine Nachschau im Internet habe. Da kennt man so einen Dreck. Ach so, das heißt ja nicht der Pukara. Das ist eh da. Das heißt nicht Pukara Fortress, das heißt nicht der Pukara. Okay. Okay. Brause. Okay. Okay. Müssen wir den über P? Zu Pukara. Zu A. So, wo ist er, wenn er dann die Tiergespawung, oder was? Ja, das ist er gut, aber es ist eigentlich gut. Der auch hier, oder? Ja Ach, dann los ich's Okay Ich sehe schon wieder Sport genug Bolludo! Du bist ein Bolludo, Webon! Das ist ein Bolludo! Das ist ein Bolludo! Du willst, du bist ein Bolludo! Nein, Webon! Ich bin Pilot Der steht ja super da Wird der da gar nicht kaputt Neu! Und neu! Boah, fliegst du aus dem Werk Ja, weil die Rebellen, die haben nämlich scheiß viel Geld Dann find's gar nix Meint er nix? Da oder? Ich weiß gar nicht wie oft er sieht oder schon war So Ja Kuntur בט werd Bisschen Abschnitt Abwidad Abwachten Fertig Abwarten 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 Was ist denn da? Anwälte. Einmal 10. Was ist denn da? Ich bin da. Was ist denn da? Was ist denn da? Das war's. Da, der hat die Maßen. Der Lieutenant hat die Maßen. Blöden Sniper da halt. Da vorne hier ist auch noch ein Zett drin. Der schläft. Er hat sich erst gesehen, der schläft. Wie kriegen wir uns jetzt gesehen? Wir haben uns eh geschafft. Das war einfach. Nicht so wie der Predator. Einfach alle umgenühten, oder was? Ich hab mir einfach keinen runtergelassen. Du weißt, wie viele Leute das da waren? Wie ich sie gesehen? Die ganzen Zivilisten. Alle tot. Nein, nein. Die wären sowieso gestorben. Du sagst gar nicht jetzt Ausreden suchen, gell? Genau gesehen. Die waren schon tot. Da ist alles an. Die waren voll tot. Nein, du weißt das. Ich kann damit leben. Mein digitales Ich kann damit leben. Und was ist da jetzt? Da haben wir ein Boss gekült und da haben wir jetzt eine schwule Maske gekriegt. Und was? Eine schwule Maske haben wir gekriegt. Aus dem über den Predator. Ja. Und da herinnen sind ein paar Leichen. Ja, das hast du. Lauter Zivilisten. Bist du Deportant. Die hat sich ja voll gegeben. Nein, die hast du. Ja, ja. Ist schon recht. So, was haben wir da jetzt für den Dreck gekriegt. Na ja. Nein, super. So, ich glaube ich habe wohl, ich denke es. So schaut es aus. Das ist aber nichts Spezielles. Also bei der Predator Maske, wo man dann jetzt einen geilen Sound hat oder so. Also bei der Predator Maske. Hm. Ja. 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 Das war's gewesen. Hä? Das war's gewesen.